Und dann schneiden wir gleich mal raus weiter. Leck, ich kenn gar nichts. Ja, aber kann man schon ein bisschen fantasieren. Ich fang an. Ich fang an einfach. Da bin ich so schlecht. Dann sagst du Stopp, sag ich Z. Und dann schneiden wir gleich mal raus weiter. Wir sollen jetzt einfach sagen A, dann zähle ich, zähle ich, zähle ich, zähle ich. Dann sagt er Stoppen und dann spielen wir einfach. Aber nicht abschreiben. Wie ist Tom-Qualität? Habt ihr schon gehört? Können wir noch ein Foto machen? Nein, jetzt. Wir beginnen. Weltklasse. So wir beginnen jetzt. Zählst du schon? Warte. Ich sag A und dann... Ja, ja, ja. Okay, okay. A. Stopp. E. Fällt nichts ein. Man fällt nichts ein. Bist du gut, oder was? Katastrophe. Shot fix ab. Ich hab zwei Sachen, mir fällt... Das ist so schlecht. Das ist das Gleiche. Wenn ich das mit der Freundin spiele, verliere ich auch immer. Das geht mir jetzt schon auf die Eier. Ja, aber Heiratsgrund ist Schwachsinn, finde ich. Müssen wir machen, nicht Heiratsgrund. Wäre gescheiter. Hast du schon alles nicht, gell? Ja, ich brauch noch zwei. Tja, bleiben wir bei den Basics. Heiratsgrund habe ich noch. Ich schau mal, dass du ein bisschen umweißt. Es ist extrem schlecht. Aber es ist auch urschwer. Da fällt mir nichts ein bei Heiratsgrund, sag ich euch ganz einfach. Heiratsgrund, lass mal weg. Ja, stopp. Stadt. Eisenstadt. Ich hab Elversberg. Eisenstadt ist für mich eine Stadt, oder? Ich glaub, Elversberg ist eine Stadt entdeutsch. 800 Einwohner. Echt jetzt, oder was? Das ist das Einzige, das mir eingefallen ist scheiße. Zehn Punkte, wenn man es richtig hat und der andere hat es nicht, gell? Und sonst nur fünf. Zwanzig. Zwanzig? Und sonst zehn. Zehn haben wir beide. Estland. Nein, ich hab null. Zählst nicht? Wo ist es? Estland. Du hast zwanzig jetzt gekriegt. Estland hab ich auch. Das sind jetzt fünf Punkte, oder? Ich hab No Go in der Kabine. Essen. Ich hab auch Essen. Fünf. Hast du abgeschaut? Find ich's geil. Andere nicht so. Elektrolytgetränke. Boah, das ist gut. Das ist gut. Zwanzig. Heiraten haben wir weglassen, weil jetzt sind wir nur eine lange Zeit. Ausredenverspätung. Ich hab mich eingesperrt. Nicht ausgesperrt, eingesperrt. Ich hab Explosion. Wo lang explodiert? Zehn. Ja. Lass mal gelten. Weltklasse. Super. Erste Runde. Sechzig. Sechzig. Hingedrückt. Okay. Ich brauch kurze Verschnaufungspause, gell? Könntest du nicht ausschneiden. Okay, Getschup ist ready. Ja. A. Stopp. J. Bist du behindert, ey. Du musst doch genau bei J wieder Stopp sagen. Das ist schon schwer. Heiratsgrund sag ich da ganz ehrlich. Könntest du die Zukunft weglassen. Zukunft weglassen, gell? Ja, aber ist ja einfach bei J. Bei J? Das macht man vor dem Heiraten mit den Jungs. Ja, aber das ist ja kein Heiratsgrund. Der Junggesellenabschied ist ja kein Heiratsgrund. Ich muss ja zu meiner Frau hingehen und sagen, du, zum Beispiel ich liebe dich. Heiratsgrund Liebe. Aber der Junggesellenabschied schreibt das hin, das ist so krank. Der schreibt das einfach hin. Ich lasse das weg. Schau ein bisschen. Drei Wörter stehen. Ich bin fertig. Wie kannst du fertig sein? Du darfst dich nur schreiben. Ich bin fertig. Ja. Stadt? Johannesburg. Hab ich nichts. 20. Yes. Land? Jordanien. Hab ich auch. Fünf. Ich hab jause. Was jause? In der Kabine jausnen jause. Das macht man nicht, oder? Hätte ich gesagt. Jonglieren. Ich hab jonglieren. Ja, weil ich jonglieren. Ja, gar wollen. Ja, weil es gibt Spieler, die so in der Kabine mal jonglieren. Zehn. Zehn. Joggen. Finden Leute nicht so geil. Stimmt. Das ist gut. Ich hab Joghurt. Zehn. Einen Junggesellenabschied haben wir jetzt. Das ist peinlich. Viel ist peinlich. Beides nichts. Und Ausrede für Verspätung hab ich je. Was? Die Außenpause. Ich stehe vor die Typen bei der Baustelle. Die Arbeiter. Sperren die Straße ab und dann machen sie eine Jausenpause. Ich muss irgendwas fantasieren, weil sonst krieg ich das nicht voll. Also 20 für mich. Ja. Lass es gelten. Das war eine brutale Runde. 85 Punkte. Piss du Teppert weiter. Piss du Teppert. Piss du Teppert. Sofja. In Bulgarien. Zehn. Nicht wie auf das Kombi. Syrien. Spanien. Zehn. No-Go. Das ist gut. Saufen. So finde ich geil André nicht. Sauna. Schwimmen. Schwimmen findet doch nicht jedem. Stimmt. Herratsgrund schwer verliebt. Nein. Lass mir das Geld da. Na klar, oder? 20. Ja, habe ich auch nichts ausreden. Schwindelig. Boom. Bin ich wieder da. 60, 90. 90. Was redest du? 90er Runde. 20, 40, 60, 70, 80, 90. Das war meine Runde. Ah. A. Stopp. F. Owe. 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 Fertig. Flensburg. Freiburg. Frankreich. Frankreich. War klar. Fünf. Furzen. Furzen. Hast du abgeschaut. Fliegen. Fußball. Heiratsgrund habe ich Fußball. Nein. Wieso nicht? Das ist kein Heiratsgrund. Weil ein Freund spielt Fußball und das ist geil, weil wir haben ein Thema, worüber wir reden können. Deswegen ist schon geil. Fußball. Also ich zähle das jetzt einmal als 20, weil du hast da nichts. Und Ausrede für Verspätung habe ich Feuer. Feuer? Ja. Weißt du, wenn es brennt in der Wohnung oder so. Feuer. Ja. Dann ist Feiern auch okay. Ja, Feiern ist auch okay. Wahrscheinlich brennt die Wohnung, oder? Du kommst spät, dann komme ich gar nicht. Jetzt brennt es. Jetzt brennt es. Sechster Struz. Krank. Ja. Ich glaube, wir sind fast gleich auf. Ich muss ehrlich sein. Du bist ein bisschen vorne. Ich brauche jetzt eine gute Runde. Schau da. Okay. Das passt. Letzte Runde, gell? Ja. Ah. Stopp. Ah. 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 Ich war einmal durch. Ja. Es wird schon passen, wenn dein Ding zählt. Fußball bei Heiratskunden zählt das auch. Sag ich. Ist das schlecht? Das ist so schlecht. Es ist keine gute Ausrede. Es ist keine gute Ausrede. Aber wenn wir nicht Schach oder so spielen, das ist unglaublich. Ich bin auch stark. Ich bin auch stark. Können wir auch machen, oder? Schachrunde. Ja, lass mir das mal so. Hast du noch was? Ich werde durch. Bist du. Ich werde durch. Ja, passt. Augsburg. Augsburg. Argentinien. Armenien. Habe ich nichts. No-Go in der Kabine. Andere auslachen. Das ist ein Blödsinn. Was ist das für ein No-Go? Das passiert jeden Tag. Das zählt sicher nicht. Das zählt sicher nicht. Das zählt. Nein, das gebe ich dir nicht. Okay, dann steifst du. Finde ich geil, andere nicht. Apfelsaft. Es gibt manche, die mögen Orangensaft lieber als Apfelsaft. Apfelsaft pur zum Beispiel trinken viele nicht. Nein, das passt. Apfelsaftspritze trinken viele nicht. Da kann man nichts sagen. Kann mir da nichts einfallen. Und du kommst mit Fußball bei Heiratsgrund. 20. Heiratsgrund. Allwissend. Sie ist allwissend. Deswegen heirate ich sie. Das ist... Sie ist allwissend. Ja, das ist doch eh normal, oder? Was ist da normal? Ich weiß auch nicht alles. Die normalen, die alle wissen das. Ja, sie glauben es zumindest. Okay. Sie glauben es zumindest, aber... Gibst du mir den 20? Ja, ja. Passt. Ausrede für Verspätung. Ich muss ausnüchtern. Bei dir dreht sich alles nur ums Saufen. Das sind gute Wörter, oder? Ausnüchtern, feiern. Saufen. Saufen. Ja, passt. Gebe ich dir auf. Schwindelig gibst du mir. Feiern. Ich will es gar nicht aufschreiben, so schlecht wie ich bin. So. Ich bin mal zerlegt. Wieder mal drüber gefahren. Haben wir einen Tascherechner? Ja, ich habe eh verloren. Ich habe 210. Ich sehe bei dir sofort, dass es mehr sind. Das sehe ich auch. 290. Das war wohl nichts. Das nächste Mal wieder ein anderes Spiel. 290, wenn ich mich nicht ganz vertan habe. Sogar die Zwischenschritte auch. Oh, die Zwischenschritte. Wieder ein Volksschritt, wie man es lernt. Das Problem? Du kriegst ja mit dabei ins Plus. Danke. So. Das war's. Gratulation. Dankeschön. Es war ein gutes Match. Danke. Das war Stadt, Land. Fußball.